Also zum 168. Mal. Es ist kein Endspiel. Die Bundesliga endet auch in dieser Saison nach dem 34. Spieltag. Wir haben alles in der Hand. Ich weiß, dass wir nicht nur in Freiburg punkten müssen, wir müssen auch in den nachfolgenden Spielen noch unsere Punkte einfahren. Das geht allen Mannschaften da unten so. Ich glaube, der Druck ist gleich verteilt auf jeden Gegner, der sich jetzt noch im Weg stellt oder auch dann mit uns um den begehrten Platz in der Bundesliga kämpft. Deshalb wird dieses Spiel von außen sehr gerne hochgehängt. Das müssen wir akzeptieren. Ich glaube, wir intern haben seit Wochen einen guten Weg gefunden, wie wir mit diesem Druck umgehen. Und darauf wird jetzt auch die letzten vier Spiele ankommen. Und wir würden diesen Platz natürlich gerne behalten. Wir wissen, dass wir viermal ans Optimum gehen müssen, um diesen Platz zu verteidigen. Und das werden wir versuchen. Und ich gehe davon aus, dass die Mannschaft das auch hinbekommt. Deshalb kann ich gar nicht viel berichten. Einzige, Andy Ottel hat voll trainiert, ohne Beschwerden, ist demnach einsatzfähig. Und das weiß ich nicht, ob das so kommen wird. Ich glaube, auch die Freiburger wissen um unsere Stärken. Es wird ein Spiel werden, wo vielleicht Nuancen dann letztendlich entscheiden werden. Wer macht den Fehler? Ich erwarte schon eine Freiburger Mannschaft, die nach vorne spielen will. Das kann sie. Das hat sie immer versucht, egal wo sie aufgetreten ist. Es ist eine spielerische Mannschaft. Und darauf müssen wir uns einstellen. Wir haben keinen Ruhekisten. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Wir haben keinen komfortablen Vorsprung. Es gibt also keine Gelegenheit, sich auszuruhen. Das weiß die Mannschaft. Sie trainiert seit Wochen, denke ich, sehr, sehr gut. Sie zieht sehr, sehr gut mit. Sie ist sich dieser Verantwortung auch bewusst, die sie gegenüber den Fans hat, gegenüber der Region hat. Wir werden alles versuchen, den Klassenerhalt zu schaffen. Eine Garantie kann ich Ihnen nicht geben, können meine Kollegen Ihnen nicht geben, die die anderen Vereine trainieren. Aber wir werden alles versuchen. Das hat die Mannschaft eindrucksvoll bewiesen, dass sie das kann.